Ich präsentiere euch drei Dividenden-Aktien, die derzeit mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite zu haben sind und ich sage euch, ob ich die Dividende für sicher und die Aktien für günstig bewertet halte. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders 2017 gegründet. Wir haben über 110.000 Mitglieder. Bei uns geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, denn wir wollen von langfristig steigern, Kursen und Dividenden profitieren. Ja, herzlich willkommen bei Dividenden-Aktien mit Rabatt. Drei Aktien stelle ich euch vor. Meine Kollegen machen das Gleiche, das heißt, ihr habt hier auch noch Dividenden-Aktien mit Rabatt in unserem Analysebereich und da ist gerade gestern, heute drehe ich das Video, gestern ist dann erschienen noch Dividenden-Aktien mit Rabatt hier als beschreibender Artikel und da seht ihr auch schon, da bin ich mächtig stolz drauf, wir haben ja schon einige Artikel hier veröffentlicht von Dividenden-Aktien mit Rabatt. Wir haben eine Auswertung gemacht, wie wir mit unseren Aktien gefahren sind und hier seht ihr das Ganze. Das kann sich, denke ich, sehen lassen. Nur eine einzige Aktie ist im Minus, seit wir die analysiert haben und wir analysieren natürlich die Aktien bevorzugt, von denen wir denken, dass sie aussichtsreich sind und haben 17 Aktien im Plus, teilweise mit bis zu 30 oder über 35 Prozent hier. Jetzt habe ich euch drei Aktien ausgegraben für euch und ihr könnt hier mal auch schauen, wie habe ich das gemacht, ist vielleicht auch interessant. Ich bin einfach hier in den Dividenden-Alarm gegangen. Es sind übrigens alles Aktien aus den USA, das heißt, ich habe hier erstmal gefiltert auf die USA und dann habe ich einfach mal geschaut, welche Aktien haben denn derzeit eine außergewöhnlich hohe Dividenden-Rendite im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zwölf Monate. Und sieht das hier aus, da kommen erstmal ein paar Kürzungen etc. raus, wie hier bei Petnet-Express, wo man sieht dann hier sofort, ob die Dividende gekürzt wird oder nicht. Dann kann man aber weitergehen und ich habe hier dann auch eine Merkzelle gemacht, das wäre eine Dividenden-Aktie mit Rabatt und dann könnt ihr hier sehen, da bin ich wirklich hingegangen und habe hier einzelne Aktien angeklickt, wo ich erstmal geschaut habe, das könnte was sein, ganz grob nur. Hier beispielsweise Pfizer, Pfizer hat momentan eine Dividenden-Rendite von 5,8 Prozent und ihr seht, dass es deutlich mehr ist als im Schnitt der Vergangenheit. Na ja, und so habe ich mir meinen Merkzell gemacht, der dann ja eben heißt Dividenden-Aktie mit Rabatt und jetzt gehen wir tatsächlich zum Aktienfinder und analysieren drei von diesen Aktien, die ich dann im Merkzell hatte, wirklich im Detail und ich sage euch, ob ich die Dividende für sicher halte und die Aktien für günstig bewertet. An der Stelle aber noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Bitte achtet selbst auf euer Geld und bevor ihr eine Aktie kauft, schaut nochmal selbst drüber, gerne auch im Aktienfinder selbstverständlich. So, die erste Aktie habe ich euch gerade eben schon gezeigt, das wäre nämlich tatsächlich Pfizer. Hier nochmal die Dividenden-Rendite, deutlich höher als im Schnitt der Vergangenheit mit 5,8 Prozent. Bei Pfizer haben wir also eine wirklich interessante Dividenden-Rendite momentan. Hier seht ihr die Performance auf die letzten zehn Jahre. Die war alles andere als gut. Wir haben ja Kursverluste. Auf zehn Jahre haben wir Kursverluste. Trotzdem aber eine Rendite von 42 Prozent insgesamt über die zehn Jahre ausschließlich der Dividende zu verdanken. Das sieht man auch schon hier anhand der Kursverluste hier von hier nach da. Allzeithoch erreicht. Ende 2021. Ob das da irgendwas im Argen sein muss. Dein oder andere ahnt es natürlich schon. Und spätestens, wenn wir in den Qualitätscheck gehen und hier mal sehen, wie sich die Umsätze so entwickelt haben, da sieht man doch hier ganz deutlich den Corona-Boost, den Pfizer erfahren hat durch den Impfstoff Cominati. So ist das Codewort intern. Cominati heißt das Ding. In Zusammenarbeit mit BioNTech. Und der Corona-Boost ist vorbei. Wir hatten hier in 2021 und 2022 Umsätze mit Cominati gemacht von ungefähr jeweils 37 Milliarden Dollar. 37 Milliarden ist ja fast die Hälfte des Umsatzes 2021 gewesen, was Pfizer dann damit gemacht hat. Dieses Jahr, das ist hier mal hier, 2023, werden es vermutlich noch knapp 11 Milliarden sein. Und das Jahr drauf dann vermutlich noch um die 6 Milliarden. Das ist jedenfalls die Prognose. Also stark nach unten. Deshalb gehen die Umsätze in Tendenz wieder dahin, wo sie waren, bevor Corona angefangen hat. Und man muss auch sagen, in dem Boomfeld beispielsweise Gewichtsabnahme, wo Novo Nordisk und E-Lily, bei der Zeit zu stark sind und auch regelrecht aufblühen die Aktienkurse, da hat Pfizer wenig in der Pipeline oder derzeit jedenfalls wenig zu bieten. Und auch bei Diabetes-Medikamenten, da gab es einen Rückschlag aufgrund einer weiteren Nebenwirkungen. Das heißt, die Pipeline ist zwar breit, aber so richtig blockbuster ist momentan keiner dabei. Und dann haben wir noch hier stark sinkende Margen. Das kann man hier wunderbar sehen. Es sind operative Margen derzeit so schwach, wie sie zuvor nicht gewesen sind. Und das ist natürlich beunruhigend. Weil das führt stark sinkende Margen für jedenfalls entsprechend auch zum Gewinneinbruch im Verbund mit rückläufigen Umsätzen. Das heißt, bei Pfizer ist momentan so ein bisschen der Wurm drin und das erklärt auch die starken Kursrückgänge. Und deshalb sollten wir umso mehr darauf achten, ob die Dividenden sicher sind. Wir sehen ja hier schon, dass die Dividenden 2023 durch den Gewinn, durch den bilanzierten Gewinn nicht gedeckt sein sollen. Beim bereichenden Gewinn sieht es etwas besser aus. Und beim freien Cashflow, da haben wir auch eine leichte Unterdeckung momentan. Und das ist natürlich etwas problematisch. Wie problematisch das ist, muss man mal schauen, wenn man in die Bilanz reingeht und man guckt, wie viel könnten die denn quasi aus der Bilanz finanzieren, wenn die Dividende nicht gedeckt ist durch den laufenden freien Cashflow. Und dann gehen wir hier auf die letzten vier Quartale. Und da sehen wir schon eine Unterdeckung, dass die Tilgungskraft schon minus eine Milliarde Dollar. Also das wird quasi draufgelegt durch die Dividendenzahlung. Wir haben aber hier liquide Mittel in Höhe von 44 Milliarden. Und das relativiert das Ganze. Das heißt, Pfizer ist durchaus in der Lage, die Dividende, falls sie nicht komplett durchs laufende Geschäft finanziert wird, erst mal aus der Bilanz noch zu decken. Und da ist natürlich dann auch interessant immer die Dividendenpolitik, weil es gibt Unternehmen, die kürzen die Dividende gnadenlos sofort, wenn es nicht so richtig läuft. Und es gibt andere, die pressen die Dividende aus, bis es nicht mehr geht, um beispielsweise den Status eines Dividendenaristokraten aufrechtzuhalten. Das ist bei Pfizer nicht der Fall. Es sind keine Dividendenaristokraten, aber sie haben die Dividende immerhin seit 13 Jahren am Stück gesteigert. Und wir sehen hier, dass das schon immer auch in der Vergangenheit schon mal relativ knapp war. Aber hier haben sie gekürzt von 2,8 auf 2,9. Es ist also eine leichte Wackeldividende, meiner Meinung nach. Die Analysten prognostizieren erstmal keine Dividendenkürzungen, was da hinten passiert ist. Ehe Schnurzpiepe, egal, weil es alles zu weit Glaskugel ist. Und weil hier auch dann immer mehr Analysten wegfallen, je weiter es nach hinten geht. Und dann gibt es bei der Konsensberechnung natürlich, wenn nur noch Optimisten, oder wenn nur in diesem Fall nur Pessimisten drin geblieben sind, sieht dann alles schlechter aus. Deshalb nicht darauf achten. Analysten gehen davon aus, dass die Dividende leicht gesteigert wird noch in den nächsten Jahren. Hängt natürlich davon ab, wie es operativ weitergeht. Leichter Wackelkandidat. Wenn man jetzt wissen möchte, ob man in die Aktie investieren soll, dann spielt natürlich Dividende gerade bei Pfizer eine hohe Rolle. Wir haben ja gesehen, dass die in den letzten zehn Jahren ausschließlich der Dividende zu verdanken ist. Aber natürlich auch die Bewertung. Und wenn die Aktie unbewertet ist, wäre das natürlich umso attraktiver. Hier sehen wir die Multiples auf den Bereichen, den Gewinn. Hier sehen wir den Corona-Boost, wo die Aktie noch nach oben gegangen ist. Da ist der Gewinn zwar gestiegen, aber nicht so stark gestiegen wie der Aktienkurs ganz offensichtlich. Denn die KGVs waren sehr niedrig. Aber der Markt hat ja gewusst, dass das eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Dieser Zusatzgewinn hat das nicht voll eingepreist. Das wäre vermutlich dann auch noch eine dynamische Aktienbewertung hier bei fairer Wert. Wir sehen aktuell das KGV da, wo es auch im Durchschnitt lag. Das suggeriert schon mal, dass wir hier kein absolutes Schnäppchen haben. Und jetzt gehen wir in den fairen Wert rein. Nehmen wir hier auch den fairen Wert bereinigt. Und zoomen wir mal ein bisschen näher rein hier. Und dann sehen wir, dass lange Zeit Pfizer so relativ schön bewertet war mit dem mittelfristigen KGV von 12,6. Aktuell haben wir 18,5 übrigens. Sieht man, dass es kein Schnäppchen ist. Und hier sehen wir auch, was ich eben gesagt hatte, dass der Gewinnanstieg hier nicht zum absoluten Kursanstieg in der Weise geführt hat, dass dann die Aktien auch mal mit dem durchschnittlichen KGV bewertet waren, sondern günstiger, sieht man hier. Der Markt ist eben nicht ganz unzurechnungsfähig. Oder der Markt hat halt natürlich vorweggenommen, dass die Gewinne wieder sinken werden nach dem Auslaufen der Corona-Pandemie. Und jetzt ist interessant, auf die Schätzung des nächsten Geschäftsjahres, da hätten wir die Aktie quasi fair bewertet mit dem KGV von 12,6. Jetzt ist es aber so, dass ich ja gesagt habe, ich finde die Pipeline, mein Eindruck ist, sie ist relativ schwach. Die Margen sind sehr schwach. Und Pfizer hat meines Erachtens jetzt ein bisschen Probleme. Genau. Und deshalb würde ich das KGV nach unten korrigieren. Wenn ich mir auch so die Wachstumsraten hier anschaue, dann hier mit 3%, minus 3,4% auf 10. Also ziemlich konservativ tatsächlich, also wirklich defensiv. Und wenn ich mir jetzt mal schaue, wie die Aktie so bewertet ist, dann käme mal hier auf eine Renditeerwartung von 6,2% und fast alles natürlich durch die hier 5,8% Dividendenrendite. Das ist eine sehr konservative Bewertung schon, wie ich finde, weil, wie gesagt, weil ich nicht so wirklich überzeugt bin von der aktuellen Geschäftsentwicklung bei Pfizer und dafür dann eine jährliche Renditeerwartung zu haben, auch wenn ich es runter korrigiert habe von gerade so um die 6%, wäre mir persönlich zu wenig. Du magst es anders sehen, kann ich gerne einen Kommentar in dem Fall hinterlassen. Aber ich habe ja noch zwei Aktien, Pfizer habe ich reingenommen, weil die einem einfach ins Auge springen, weil es eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Unternehmen und auch sehr bekannte Aktie ist. Unbekannter wird, etwas unbekannter wird die nächste sein und das ist Trommelwirbel, die Vendys Company hier, haben eine Dividendenrendite von 5,2%, auch hier ist die Dividendenrendite sehr hoch im historischen Vergleich, könnt ihr hier sehen, 5,2% soll noch weiter steigen, hier haben wir wie bei Pfizer angebliche Dividendenkürzungen, auf die man nichts geben darf, in ferner Zukunft, 2027. Und wir sehen hier mal eine Dividendenkürzung, eine relativ leichte Dividendenkürzung. Und da weiß man auch sofort, wenn man sich das Jahr anschaut, 2021, Corona, insbesondere wenn man weiß, was Vendys macht, die betreiben Fastfood-Restaurants wie McDonalds oder Restaurant Brands, International, glaube ich, heißen die komplett, und müssen so die Nummer 3 sein, in den USA hinter McDonalds und Restaurant Brands, beziehungsweise Berking, die von Restaurants und Brands betrieben werden, mit ihren 7.100 Restaurants insgesamt, davon 84% in den USA, McDonalds betreibt 43.000, 40.000 Restaurants derzeit, 40.300, davon 13.500 in den USA, also knapp doppelt so viel, und Restaurant Brands hat insgesamt weltweit 30.400 Restaurants momentan. Also ihr seht, im Vergleich dazu ist die Vendys Company sehr klein, aber wenn man nur die USA nimmt, dann sind die mit 1 zu 2 Restaurants und mit McDonalds gar nicht mehr so klein. Wenn man sich die Performance mal anschaut, wäre das hier, da seht ihr, dass wir 150% Plus gemacht haben, auch die letzten 10 Jahre, da seht ihr bei der Kursentwicklung ein Seitwärtslauf seit 2019, sind also nicht viel hängen geblieben. Ihr seht dann auch, dass die Dividende, insbesondere wenn man dann auf die letzten Jahre geht, warum haben wir das hier logarithmisch, das letzte Jahr, naja, das ist ein wesentlicher Treiber natürlich für die Rendite, ist ja bei über 5% ist das klar, wenn die Dividende seitwärts läuft. Und der günstige, oder vermeintlich günstige Einstiegszeit, ist es ein vermeintlich günstiger Einstiegszeitpunkt, das werden wir gleich sehen, und hier sehen wir auch noch hier, während Corona ist die Aktie mal richtig runtergerauscht, hat sich dann aber wieder entsprechend gefallen. Na ja, gehen wir mal in den Qualitätscheck, um zu schauen, ob die Dividende sicher scheint. Wenn wir noch den Bereich Gewinn reinholen, das ist ja seit 1999, da seht ihr, dass sich Vendys Group nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, aber seit 2012 läuft es deutlich besser, 2011, 2012, sollen wir mal da rein hier, machen wir mal dann den bilanzierten Gewinn weg, da gab es hier wohl offensichtlich einen außerordentlichen Gewinnboost, sieht man auch an der Nettomarsche, die operative Marge übersteigt. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht, spielt an der Stelle auch keine Rolle. Was wir hier jetzt sehen mit dem bereichlichen Gewinn, zum einen hier, wie stark die Dividende angehoben wurden, die wurde verdoppelt von 50 Cent auf 1 Cent im Kalenderjahr, im Jahr, Geschäftsabschluss Ende September, und ihr seht aber auch hier, ist jetzt so ein bisschen Gekante genäht, ist die Dividende im Prinzip nicht mehr ganz gedeckt durch den bereichlichen Gewinn, guck mal auf den freien Cashflow, der wiederum deckt die Dividende, der freie Cashflow liegt bei 1,21 und dann soll der Gewinn etc. und freier Cashflow ja noch weiter leicht steigen. Die Margen, die sind in den letzten Jahren noch dann schön stabil, sind dann hier relativ stark gestiegen. Offensichtlich hat Vendys Corporation, beziehungsweise das Management, dann das Geschäft in den Griff bekommen. Wir haben hier übrigens so ein Muster, was wir auch von McDonalds kennen, und zwar sinkende Umsätze bei steigenden Margen, können damit zusammenhängen, dass The Wendy's Company viele Restaurants, also zunehmend viele Restaurants dann nicht mehr selbst betreibt, sondern eben Franchise und das stimmt auch tatsächlich, denn wie McDonalds betreibt auch The Wendy's Company die Restaurants hauptsächlich als Franchise und nur noch sehr wenig Restaurants selbst. 94% der Restaurants werden als Franchise geführt. Das heißt, da hat man dann eben die Franchise-Einnahmen, Royalties oder Lizenzeinnahmen, aber nicht die Einnahmen aus dem eigentlichen Restaurantbetrieb selbst. Deshalb sinken dann Umsätze, aber die Margen steigen. Das ist insgesamt doch dann recht positiv, scheint ein stabiles Geschäft zu sein. Gucken wir mal in die Bilanz, um herauszufinden, ob Wendy's aus der Portokase Dividende zahlen könnte. Und dann gehen wir auf die letzten vier Quartale und dann sehen wir hier die Tilgungskraft mit 71 Millionen US-Dollar positiv, Dividenden in Höhe von 185 Millionen. Das sind kleinere Nummern als beispielsweise bei Pfizer, kleinere Beträge und momentan liquide Mittel in Höhe von 750 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu eben die Dividenden 190 knapp. Und das heißt, es wäre auch möglich hier von Wendy's Company Dividenden mit zu finanzieren aus der Bilanz heraus. Wie viele Jahre Dividendensteigerung haben die? Bisher drei. Das ist also noch keine Historie, die es jetzt wirklich zu verteidigen gilt. Aber hier würde ich die Dividende sogar noch ein Stückchen als sicherer erachten als jetzt bei Pfizer, weil das Geschäftsmodell sehr viel prognostizierbarer ist. Wenn es nicht gerade wieder zu Lockdowns käme, dann sieht es natürlich anders aus. Und dass wir hier nur drei Jahre Dividendensteigerung haben, ist eben dem Lockdown geschuldet. Und man sieht, man hätte die Dividende noch aufrechterhalten können. Aber gut, das Management war entsprechend vorsichtig. Jetzt die Frage, ist die Aktie günstig bewertet? Schauen wir uns mal Multiples an. Da sieht man, dass mit einem Multiple von um die 17 die Aktie deutlich günstiger zu haben ist als in der Vergangenheit. Und hier bietet sich auch mal ein Vergleich an, beispielsweise zu McDonalds. Und dann sehen wir hier, dass McDonalds in der Vergangenheit günstiger bewertet war als New Wendy's Company. Und erst, und dann kam der Lockdown und danach haben die Rest die Filialen wieder aufgemacht und dann war es ungefähr gleich bewertet bei der Aktie. Und jetzt, erst seit ganz kurzem, ist es tatsächlich so, dass New Wendy's Company mal günstiger bewertet scheint. Wobei man hier auch immer ein bisschen aufpassen muss, Geschäftsjahr zum 30.09. Das heißt, hier bei Venice Company ist quasi schon jetzt der neue Gewinn drin. Aber nicht, desto trotz, Grundaussage ist nach wie vor richtig. Wir haben hier eine günstigere Bewertung jetzt. Und wenn ich jetzt Burger King, beziehungsweise Restaurant Group reinbringe, die haben Symbol QSR und da auch mal schaue, dann ist es hier ähnlich. Dann ist auch diese Aktie in der Vergangenheit, ja, entweder teurer gewesen oder gleich bewertet. Und auch, aber heute ist es auch so, dass New Wendy's Group günstiger bewertet scheint. Jetzt muss man noch mal dazu sagen, vielleicht, das sind eine Grundinformation. Ich habe mir die Same-Store-Sales auch angeschaut. Bei allen drei Restaurantketten, Same-Store-Sales ist eine sehr wichtige Kennzahl, die aussagt, wie sich der Umsatz in den bestehenden Filialen entwickelt, also ohne Neueröffnungen oder Schließungen. Und da ist es so, dass bei Wendy's die Same-Store-Sales um die 2,8% derzeit sind und damit deutlich niedriger als bei McDonald's mit 8,8% oder Burger King mit um die 7%. Das heißt, da ist ein Abschlag derzeit durchaus gerechtfertigt. Gucken wir jetzt mal, wie es aussieht mit der Bewertung. Und dann gehen wir hier auf den fairen Wert bereinigt. Vergesst das, das ist zu viel Glasgugel mal wieder, beziehungsweise ist das nur an Analysten übrig geblieben. Der war sehr positiv. Wir gehen bei dem fairen Wert bis hierhin, bis 2095. Das sind noch 17 Analysten. Das sind sogar noch 27. Bis dahin gehen wir. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie günstig bewertet scheint derzeit, tatsächlich. Ich möchte aber auch hier einen Abschlag machen. Und zwar, wenn ich jetzt nur mal kurz die ganzen KGVs hier anschaue, dann haben wir hier eben KGVs drin, davon um die 20. Hier dann aber leicht mehr. Da waren aber die Same-Stores jetzt höher. Dieser 40 ist nicht repräsentativ und dieser 30 auch nicht wirklich. Die treiben den Durchschnitt ein bisschen nach oben. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch die Skepsis des Marktes übernehmen und gehe auf 20 runter. Der Markt bewertet die Aktie momentan mit dem 19 dreifachen, sodass ich hier fast ausschließlich die prognostizierten Kursgewinne habe. Also die Kurs nicht Gewinne, sondern das Gewinnwachstum, was dann der Treiber ist vom Kurswachstum, wenn ich jetzt die Punkte hier miteinander verbinde. Und dann kommen wir auf eine jährliche Renditeerwartung von 18,5%. Die Gewinne sollen nämlich jetzt so eine Art leichte Turnaround relativ dynamisch steigen. Dann kommt noch die Dividende dazu. Hier seht ihr um die 12%, 11% und dann nochmal hier die 5% drauf. Dann kommt man auf so eine Renditeerwartung von um die 18%. Und wir hätten dann einen fairen Wert Ende 2025. Ich habe mich übrigens getäuscht. Kein schiefes Geschäftsjahr. Dann kommen wir auf einen fairen Wert von 24,60 US-Dollar. Und das ist ungefähr da, wo, sage ich mal, auch das Allzeithoch gewesen ist. Hier 24,71 war die Aktie schon im Oktober 2020 bewertet. Und das kann dann durchaus realistisch sein. Das heißt, hier wäre tatsächlich die Möglichkeit, in die Branche, also Fastfood-Branche sozusagen, reinzukommen. Bei einer Aktie, die relativ günstig bewertet scheint, denn McDonalds beispielsweise ist nicht ganz so günstig zu haben derzeit. Das müssen wir dann aber auch nochmal im Detail anschauen. Aber ich weiß gerade auswendig, dass McDonalds doch auf Allzeithoch ist. Wenn wir uns die Aktie anschauen hier, dann müssen wir dann nochmal eine eigene Bewertung machen. Wer, ob die Aktie dann, ach Gott, machen wir mal schnell. Doch, scheint ja jetzt auch nicht schlecht zu sein. Ich muss nochmal einen kleinen Ausflug hier. McDonalds, Renditeerwartung, out of the box, 9,2%. Okay, aber halt nur halb so hoch wie bei The Vendys. Gut, also eine Aktie habe ich noch. Das, was kein McDonalds ist, ist keine Dividendenaktie mit Rabatt. Würde ich mal schwer vermuten hier, genau. Also eine andere Aktie habe ich noch. Und zwar Conagra Brands. Das wäre Conagra Brands. Und hier haben wir eine Dividendenaktie mit Rabatt, die man schön sehen kann. Auch knapp 5% Dividendenrendite, also deutlich mehr als in der Vergangenheit. Die sind auch US-Unternehmen und produzieren Industrie-Lebensmittel, sage ich mal so. Man sieht es hier auch in den Segmenten relativ schön tiefgefroren. Es ist hier das Grüne, Grocery und Snacks, Blau. Food Service, das heißt, es geht nicht nur in den Einzelhandel, sondern auch beispielsweise Restaurants etc. Das läuft dann unter Food Service und International, ja außerhalb der USA. Meistens der Umsatz wird in den USA gemacht. Und was war die für so eine Performance? In den letzten 10 Jahren 60%, davon 44% kam über die Dividende zustande. Und ihr seht auch hier eine relativ schwache Performance hier seit dem Frühjahr letzten Jahres. Und da natürlich dann auch die Frage, ob das eine gute Einstiegsgelegenheit ist, wäre. Vorher aber mal schauen, ob die Dividende sicher ist. Wie machen wir das im Qualitätscheck, wie üblich. Da schauen wir uns mal auch den bereinigten Gewinn an. Da gibt es Desinvestitionen und Unternehmensverkäufe teilweise, Abschreibungen. Das ist der Unterschied zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn. Und das ist jetzt aber erstmal positiv. Die Dividenden sind schön gedeckt hier. Durch den bereinigten Gewinn, auch durch den freien Cashflow und durch den bilanzierten Gewinn auch. Also da müsste man sich erstmal keine Sorgen machen. Wenn man hier die Umsätze angeht, da sieht man, dass immer noch ein bisschen was weggekommen ist. Verkauft wurde ganz offensichtlich. Dadurch, dass die Dividende gedeckt ist, noch gedeckt bleiben soll und wir doch ein relativ stabiles Geschäftsmodell haben, ist es gar nicht mehr so wichtig, was die Bilanz sagt bezüglich Prüfung der Sicherheit der Dividende. Wir schauen natürlich trotzdem rein. Ich konzentriere mich hier bei der Bilanz immer nur auf die Sicherheit der Dividende, nicht auf andere Sachen. Und dann sehen wir hier nochmal schön, dass die Dividende gedeckt ist. Letzten vier Quartale, 640 Millionen sind rausgeflossen über die Dividende vom Unternehmen. Aber der freie Cashflow war knapp 1,2 Milliarden hoch. Also sind 524 Millionen US-Dollar übrig geblieben auf die letzten vier Quartale, die dazu hinten verwendet werden können. Beispielsweise, um die Schulden zu tilgen. Also hier ist soweit okay, Cashbestand, aber sehr niedrig. Mit 61 Millionen US-Dollar sehr, sehr niedrig. Das heißt, das Unternehmen ist darauf angewiesen, dass es wirklich weiterhin so läuft. So läuft, was heißt denn das? Der Aktienkurs, der ist ja ein bisschen runtergekommen. Also hier, wie man es da schön sehen kann, vom Allzeithoch sogar verloren. Lass mich nochmal gucken. Vom Allzeithoch hat die Aktie abgegeben. Ab 30 Prozent, also relativ stark, hat unter anderem mit Kaufzurückhaltung auch etwas zu tun, auch konjunkturell bedingt. Obwohl wir hier eigentlich ein defensives Geschäft haben. Und natürlich, ihr wisst ja auch, viele andere Unternehmen haben dasselbe Problem bei Kurzumgüterhersteller. Die Kosten sind gestiegen, die wurden dann umgewälzt auf die Konsumenten. Die mussten dann mehr bezahlen, dann ging das Volumen zurück. Und das ist genau auch hier passiert. Hier ist es noch ein bisschen schwerer, weil dadurch, dass die Beispiele, dass diese Unternehmen, diese Produkte sind insbesondere, was das Segment Refrigerated und Frozen angeht, sehr lange haltbar. Und das kann dann doch dazu führen, dass die Leute tatsächlich ihren Kühlschrank leer machen, bevor sie dann wieder was Neues kaufen, wenn sie dann gerade nicht so viel Geld haben. Und das bietet sich natürlich bei Produkten an, die sehr lange haltbar sind. Da fällt es natürlich mehr ins Gewicht als bei anderen, die leicht verderblich sind. Man sieht es auch hier in der Earnings Presentation. Und zwar haben wir hier die rückläufigen Volumina, die über die verschiedenen Segmente hinaus zweistellig waren. Minus 10 Prozent. Und jetzt seht ihr aber hier, im letzten Quartal hat sich das Ganze mehr und mehr stabilisiert. Beziehungsweise der Volumenrückgang war rückgängig. Und jetzt ist es noch so minus 3, minus 3,5 Prozent Volumenrückgang von minus 10 Prozent. Also die Situation verbessert sich, ist immerhin schon mal quasi auf dem richtigen Weg. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Bewertung sagt. Und dann gehen wir hier auch mal kurz auf die Mulde, um ein Eindruck zu kriegen. Da sieht man schon, oh ja, das KGV ist mit hier so um die knapp 11 oder so. Relativ günstig im Vergleich der Vergangenheit, war schon mal über 20 sogar gewesen. Und da gehen wir jetzt mal gleich in die Berechnung des fairen Werts. Und wir legen mal hier den fairen Wert bereinigt drüber. Und dann sieht man hier eben entsprechend die Unterbewertung, die hier recht deutlich ausfällt. Wenn man mal guckt, wie die Wachstumsraten in der Vergangenheit gewesen sind und wie sie sein sollen. Da sieht man im Prinzip, dass sich nichts Wesentliches wirklich verändert hat. Also beim bereinigten Gewinn geht es immer mal ein bisschen auf und ab, aber langfristig geht es aufwärts. Wenn wir hier die Bewertung, den Bewertungszeitraum verlängern, dann wird es ein bisschen konservativer. Jetzt von 13,7 auf 12,5 quasi gefallen, der Durchschnitt. Und das würde ich dann auch nehmen. Ich mache es bei Unternehmen, die so ein bisschen notleidend sind, gerne so, dass ich das KGV etwas nach unten korrigiere, um zu einer konservativeren Schätzung zu kommen. Und dann schauen wir mal, was für eine Renditeerwartung man hätte. Und das wäre nachher 11,5% jährlich bis 2027. Hier haben Sie ein krummes Geschäftsjahr in dem Fall. Der fairer Wert wäre dann bei 36, 70 US-Dollar. Und die Aktie hat schon, das ist auch immer wieder nett zu wissen, über 40 Dollar, 41 Dollar gekostet 2017. So, dass es durchaus realistisch scheint, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der bereinigte Gewinn ja jetzt, also hier dann bei 2,60 liegen soll. Management geht übrigens von einem ganz leichten Umsatzzugang aus, jetzt minus 1%. Und hier 2,60 wäre der bereinigte Gewinn. Und wir müssen mal gucken, wo der Bilanz hier liegt. Der liegt dann auch da, okay. Also, ich halte die Aktie für momentan, aber tatsächlich relativ günstig bewertet und wer mit hohen Dividenden vorlebt, oder wer hohe Dividenden bevorzugt und so günstig bewerteten Konsumgüterhersteller sucht, der könnte hier beispielsweise fündig werden bei Conagra Brands. So, das waren drei Dividendenaktien mit Rabatt. Das war also zum einen Pfizer, dann Wendy's und jetzt Conagra Brands. Kannst du gerne mal schreiben, welche Aktie aus deiner Sicht der Favorit ist, dein Favorit ist. Vielleicht hast du aber auch von den dreien oder natürlich auch eine andere Aktie, die wir jetzt hier nicht behandelt haben. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.